Hallo, guten Tag. Ich heiße Veronika Janschukowa und arbeite in der internationalen Studienberatung an der Hochschule Ansbach. Ich schätze an meinem Team, dass die Kommunikation zwischen uns nicht nur professionell und transparent ist, sondern dass sie auch immer freundlich und mit gegenseitiger Unterstützung ist. An meinem Job motiviert mich, dass ich jeden Tag eine neue Möglichkeit bekomme, einem Studieninteressenten oder einer Studieninteressenten aus dem Ausland beizuhelfen, ihr Studium in Deutschland oder an der Hochschule Ansbach zu verwirklichen. Die Hochschule würde ich beschreiben als eine moderne, innovative und freundliche Hochschule. theme also Die Hochschule